Guten Abend meine Damen und Herren, herzlich willkommen. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Herzlich willkommen zum Forex im Abend Ihrem persönlichen Markthaus und Rückblick. Mein Name ist Dennis Göthler und wir sind Mittwoch, den 28.01.2015, 19.13 Uhr, ist es ganz genau. Die Märkte zeigten sich heute von der sehr unentschlossenen Seite. Wir hatten Gold, das nicht wirklich Impulse setzen konnte, aber letztendlich müssen wir auch sagen, die deutschen Aktienindizes stagnierten mehr oder weniger. Bisschen abwärts ging es heute, aber wir konnten uns dann wieder fangen bei 10.546 Punkten, wenn wir vom DAX sprechen. Zuerst möchte ich über einen Gold-Trade sprechen, diesmal Verlust. Wir hatten ja durchaus einige stärke Gewinne in den letzten Tagen, aber diesmal hat es uns heute hier erwischt. Fachlich gesehen war der Trade relativ riskant. Wir haben die bullische Flagge hier getradet, die wiederum ein Teil der seitwärts gerichteten Phase ist, zwischen 12.72 und 13.08. Und letztendlich war hier das Einstiegslevel bei 12.91, Stop-Loss bei 12.85, Take-Profit bei 13.05. Aus der jetzigen Perspektive, klar, bullische Flagge war hier das Ziel, aber ein Fehler aus meiner Sicht wurde gemacht. Ich bin einen Tick zu früh reingegangen, was dann auch vermutlich hier sträflich bezahlt wurde. Eigentlich hätte man hier erst ab 12.93 reingehen sollen und vor allem auf Schlusskursbasis, damit er auch markttechnisch das letzte Hoch hier gebrochen hat. So hatten wir bislang keinen wirklichen Trendwechsel. Ich bin also einen halben Dollar zu früh rein und das ohne Schlusskurs. Das war vermutlich auch das Problem an der ganzen Geschichte. Ich war dann kurz im Gewinn und wurde dann relativ schnell mit 6 Dollar Verlust ausgestoppt. Insgesamt waren das glaube ich 1.100 Euro. Ja, man kann nicht nur Gewinne machen. An dieser Stelle ein Verlust-Trade. Es war durchaus sowieso schon riskant, innerhalb dieser Seitwärtsphase zu traden, aber gut. Prinzipiell kann man das Setup durchaus vertreten, wenn man halt ein bisschen später vermutlich reingegangen wäre oder zumindest den 15-Schlusskurs abgewartet hätte, damit der Bruch auch nachhaltig bestätigt ist. Aber so ist es nun mal, das zum Thema Gold, Gold-Trade-Verlust. Wie steht es um die Situation im Euro-US-Dollar? Wir kriegen ja jetzt um gleich 44 Minuten den Fett-Zinsentscheid. Wir machen hier gar nichts mehr. Also komplette Stillhalten vor diesem wichtigen Termin. Ich würde vielleicht nochmal kaufen ab 1.15.60. Dann hätte er nochmal Platz bis in den Bereich von 1.17.20. Aber Shorten ist mir zu gefährlich aktuell. Könnte man immer noch machen, aber wo soll ich ihn jetzt stoppen? Da ist der Stop zu weit. Von daher bleibt mir am Ende nur übrig abzuwarten. Weil man könnte vielleicht eng gestoppt Shorten, wenn es hier unter die 1.12.94 geht. Aber kurz vor den Ereignissen muss auch nicht sein. Das muss auch nicht sein. Von daher wäre es Spekulativmarkt Short unter 1.12.90 bzw. sichere Variante erst long ab 1.15.51. Der US-Dollar hat sich aber faktisch gar nicht bewegt. Britisch und US-Dollar sehen wir hier heute an der Tageskerze kaum wohler. Also da war ja nicht mal ansatzweise Volatilität. Der stand förmlich. Wartener auf den Fettzinsentscheid drückt sich auch hier in der Kerze aus. Britisch Fund, Japanisch Yen. Aktuell zieht er zurück. Wir warten hier immer noch auf einen Long-Einstieg. Möglicherweise handelt es sich hier um eine schöne Bodenformation, die zwar etwas zu kurz zeitlich ausfällt. Aber ich würde die Situation noch nicht abschreiben. Gerade wenn es hier über die letzten Hochs geht, würde mich das Ganze nochmal interessieren. Euro-NZD-Tageschart brauchen wir auch noch ein bisschen. Aber natürlich hier Pullback an die bärische Flagge im Bereich oder SKS-Formation. Es ist egal, ob man das jetzt bärische Flagge in dem Fall so sieht oder ob man daraus linke Schulter, Kopf, rechte Schulter macht und es als Nackenlinie an sieht. Das spielt eigentlich keine Rolle. Auf jeden Fall wäre aber da nochmal der Short. Den sollte man sich zumindest merken mittelfristig gesehen. Euro-Yen, wenn überhaupt, ähnlich wie das Euro-US-Dollar-Setup. Long ab 135,37. Ansonsten ist es mir das zu heiß. Beim DAX, naja, man könnte Long-Sculpen ab 10.870. Wäre nur untergeordnet, aber machbar. Ist halt schon relativ weit gelaufen übergeordnet in der Form. Von daher meine Einstiege kennen Sie. Die möchte ich ehrlich gesagt eher hier unten haben und nicht so weit hier oben. Das heißt, das obere Long-Sculping-Setup, wenn er hier durchbrechen sollte, das würde ich auf sehr kurzfristiger Basis machen. Ab 10.870 Punkten frühestens. Und dann muss er auch relativ schnell ziehen. Eng, eng gestoppt, stark nachziehen, weil übergeordnet ist, eben schon durchaus sehr weit gelaufen ist. Und die Gefahr einer Korrektur besteht weiterhin, sodass man die Möglichkeit hat, entweder kurzfristig Long zu scalpen. Man muss halt sauber stoppen, weil nicht, dass man von der Korrektur geholt wird. Oder man kauft halt wirklich dann erstmal hier unten die Trendwende tief in der Konsolidierung. Ist auch möglich. Also es läuft einem nicht weg. Thema Gold hatten wir ja schon. Da plane ich einen Einstieg 12,66. Oder eben, wenn er hier oben ausbricht, über die 12,99, beziehungsweise klar über die 13,09. Platin und Palladium hatten wir auch noch. Haben einige nachgefragt. Fangen wir an mit Palladium auf dem Tageschart. Momentan in der Konsolidierung. Wir hatten hier einen abwärtsgerichteten Impuls. Aktuell konsolidieren wir seitwärts. Also ich denke nicht, dass wir jetzt hier große Impulse zu erwarten haben. Erst mit einem neuen Hoch oder mit einem neuen Tief. Hier drüber sollten wir weiteres Momentum sehen. Aber vorher wäre mir das zu heikel. Platin ist möglicherweise auch hier in einer, also definitiv in einer Konsolidierung und potenziell in einer Trendwende. Wenn es sich um eine Trendwende handelt, dann sollte er relativ zügig dann auch mal hier über die 1300er Marke, US-Dollar ansteigen können. Dann hätten wir hier durchaus Potenzial, sehr, sehr weit ansteigen zu können. Aktuell ist er hier mehr oder weniger seitwärts. Unter 1160 US-Dollar sollte das Ding aber auch deutlich fallen. Also es gibt da zwei Varianten. Und genau in der jetzigen Zone würde ich mich nicht positionieren. Wir haben hier diesbezüglich keine klare Situation. Von daher bleibt am Ende nur der Long über 1,3 oder der Short unter 1160. Ansonsten gibt es nicht mehr viel, worauf es sich eingehen lässt. Einzig aus meiner Sicht noch mal der Hinweis auf den Eurostox Kaufpositionen bei 3300 Punkten. Genauso wie im Nasdaq hier über 4300 Punkte. Das sollte die Beendigung der Konsolidierung bedeuten und Momentum erzeugen. Ab 4300 Punkten sollte das Ding hier nach oben schießen. Wir hatten ja gemischte Ergebnisse. Microsoft ist 10% eingebrochen, hat Probleme. Gerade im asiatischen Bereich. Die Skepsis, auch bedingt durch Edward Snowden, steigt durchaus. Weil man sich fragen muss, inwieweit Microsoft mit der NSA zusammenarbeitet. Aktie hier 10% abgestraft. Unternehmen verliert dadurch oder wird dadurch innerhalb von weniger Minuten 40 Milliarden weniger wert. Das ist schon beachtlich. Apple hat noch gute Zahlen präsentiert. Und da konnte die Aktie heute 8% ansteigen. Alles in allem merkt man aber, dass die Leute heute und die Marktteilnehmer die Fettsitzung einfach abwarten und gucken, was Janet Yellen über die zukünftige amerikanische Notenbankpolitik zu berichten hat. Ob und wann es einen Termin gibt, der fokussiert wird, um eine Zinsanhebung zu vollziehen. Das sind eben die Punkte, die jetzt im Fokus liegen. Mehr gibt es dann hier in 39 Minuten. Ich bin gespannt. Die Ergebnisse kriegen Sie dann morgen früh im Forex am Morgen. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit an dieser Stelle. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Good trades. Einen schönen Feierabend. Und wenn Sie mögen, bis bald. Auf Wiedersehen.